Als 5-Klick bezeichnet man die Sicherung von Geräten, um sie ein- und auszuschalten. Jetzt ist es zum Beispiel an. Wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 mal drücke, dann ist das Gerät gesperrt. Und gleich lässt es sich wieder entsperren mit 5 Klicks. Das ist zugleich eine Kindersicherung und auch eine Sicherung dagegen, dass das Gerät einfach im Rucksack losgeht oder wenn es anderweitig in der Tasche ist. Und das ist eigentlich bei geregelten Geräten auch üblich. Und das ist eigentlich bei geregelten Gerät.